und willkommen zu einer runde bedwurst ich habe mich random im team zu ordnen lassen und ich bin team lila und wahrscheinlich bin ich in dem team was nur zu dritt ist nicht zu viert von anfang an danke ach so die andere hat die battlezone nur verlassen na dann was ist das für ein map die kenne ich nicht okay wir spielen gegen gelb grün und rot und grün ist auch nee warte mal wir sind das einzige team was nur zu dritt ist dass mich das punkt ich bin eher am besten von uns allen das wahrscheinlich eisen ja okay das ist das eisen dann baue ich mich direkt mal weiter zur mitte da ist bestimmt jemand in der mitte gell mein gott stand gerade im map bei boxer ich glaube es nicht aber alles in die team chest allen in die team chest rohle treppen rohle treppen rohle treppen ist jemand mit der ja einer von uns da ist ein team gest hier die gar nicht da rein digga da 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 du solltest da reinlegen du mist kind und nicht in der hand behalten nee du rennst jetzt nicht zu uns ich habe ihn runter geboxt jemand so rot danke was willst du neon lp her führt die gott neon lp die haben ihr bett noch nicht zugebaut das könnte meine chance sein oh mein gott bitte 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 ja nein okay ach man das hätte meine ich erschrecke mich immer wenn ich sehe dass jemand aus unserem team getötet wurde weil ich dann denke dass der gegner unserer base ist und die da getötet hat aber das war jetzt definitiv nicht da wir sind die ok das war jetzt definitiv nicht warum hat denn die bogen warum hat denn deren bogen ach leute ich werde das auch überhaupt nichts in der team chest drin natürlich nicht was soll denn auch drin sein ich denke mal es ist jemand hinter mir wenn ich in der mitte bin was ist das hier eigentlich soll das ein ei sein oder so ein bienenstock oder bienenstich der kuchen da fliegt einer rum auch wer hackt denn da ok fruit hackt na willst du wieder hochfliegen hat er nicht warum denn nicht verstehe ich jetzt gar nicht warum schießt du auf mich ich bin in deinem team du mistkind och leute bei manchen menschen fragt man sich echt also er ist da gerade rum geflogen aber er hat sich jetzt nicht wieder hochgefahren ihr habt alle gesehen ich habe einen videobeweis ich weiß zwar nicht mal ob der das war aber ich habe einen videobeweis also ich weiß dass er es war weil er da das zerstört hat und so hat er hat jemand gott mit dem fest nach dass du ich stimmt was lachst du okay ja ich glaube immer meine teampartner ich denke hat manche randy sind ganz lieb und so oh gott aber die hier antworten mir ja nicht mal bin ich den hi bin ich den zu fein ne warte mal sind die mir zu ping hitte mich doch nicht so weg amk welches team lebt denn jetzt eigentlich noch das leben noch gelb und grün und rot oder aus ist da jemand begärt in der base ich komme da nicht hoch ich bin zu dumm man könnte denken ich rede so voll verzögert dabei rede schaut dass er wieder hochgefleit komm ich habe schon slash report gemacht vielleicht reagiert ja mal jemand ja ist lustig als würde auf dem server jemand reagieren was ach ja wir biefen uns immer in der lobby mit dem kompletten server weil halt der server scheiße ist übrigens das ist rewi ne also der server muss man ja dazu sagen ok hm ich meine wofür geht es in den slash report befehl wenn eh nie jemand darauf reagiert einmal hat jemand darauf reagiert das war aber auch dieser eine admin ey ich backe ach mein gott sind die gelben lappen wer bist zu viert ach loll oha der eine aus uns ist zu dem gelben geflogen man glaubt es kaum aber mit fallschirm fruit der lappen fliegt immer noch da unten rum haha hacker wir gehen jetzt zu der base zu gelb kaufen uns das sachen und dann töten wir die anderen alle ok jetzt bei sammelsdorf entkelen die amt und sei ich habe keinen punkte mehr jetzt habe ich die punkte ich jetzt gleich runtergeschossen werden oder so dann dann fange ich an zu brennen ok ach man jetzt wurde das andere bett von also das bett von grün auch noch zerstört da denkt man gar nicht dass der irgendwie gut sein könnte ach nein 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 ich habe drei leute getötet ja wo ist denn er noch gelandet wahrscheinlich wie er einfach da unten gelandet ist ja leute ich hab gewonnen und ich hab sogar 4 kills gemacht ich bin kein premium mehr stets bp wie hieß der just unterstrich groß noch mal ein ja ich habe seinen namen falsch geschrieben ok jetzt haben wir eine runde birdboot gespielt und es leckten der review wie immer jo dann sehen wir uns im nächsten video was auch immer das sein wird wann auch immer das kommen wird mal schauen vielleicht ist karambat den gips los und dann können wir zusammen was machen und wenn nicht müsst ihr halt mit mir vorlieben nehmen und ja rein müsste sehen wir mich gerade mit meinem kopf schütteln sehen uns beim nächsten die ist weggeflogen die hektik